wow einen moment erstmal hallo und herzlich willkommen zurück endlich mal wieder zu alice hier gleich mit einem kampf fängt ja schon mal super an es wird wahrscheinlich gleich wieder anfangen zu ruckeln wie sauer okay auch 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 Es ist auch überhaupt gar nicht unfair oder so, ne? Boah, könnt ihr euch mal verpissen? Oh! Okay, das war ja, ging ja noch besser als gedacht. Oh, es hat gespeichert. Wunderbar. Okay, das war mal ein toller Start. Dann möchte ich mir hier erst mal alles holen. Was zu holen ist, ne? Hier war auch noch was. Yay, eine Erinnerung. Hier kann ich auch noch lang. Yay. Oh, bitte, nicht, oh Gott, nicht so ein Kampf. Bitte. Töte oder werde getötet. Ja, toll. Weißt du, nein, lass mich in Ruhe. Was, lass mich einfach in Ruhe. Kann ich nicht einfach sterben. Oh. Ups. Ups. Nein. 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 Komm schon. Ey. Kleine Mistkröte. Nein. Lass das. Boah, das ruckelt wieder. Scheiße. Ich mache hier gerade irgendwie auch Verdacht, weil ich sehe ja fast nichts, nichts. No. Kommen die jetzt alle nochmal? Ne, ich glaube nicht. Okay, ich glaube es hat nur noch ihr beide. Kann das sein? Komm, erstmal du. Ja. Ja. Ja, lass dich doch trocken, Jenny. Nee, echt. Hä? Was? Und? Oh. Ja komm, schwing. Ah. 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 Oh Gott, Gott sei Dank. Komm Alice, nicht drüben! Du hast schon den Zug verpasst! Oh, danke. Sehr nett. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Hier ging es hier zurück. Und hier. Nein, natürlich nicht. Es tut mir leid. Okay. Na gut, wenigstens läuft es wieder flüssig. Okay. Noch mal. Okay, das war glaube ich nur... Hä? Achso, hier ist gar nichts mehr. Okay, gut. Ach, danke. Erstmal das machen. Kann ich hier drauf laufen? Oh. Oh Gott. Da muss ich jetzt runter. Wetten? Aber wo? Aber wo? Die unentdeckte Schuldige und der zu Unrecht Beklagte teilen ein ähnliches Schicksal. Gefängnisse und Ketten haben viele Gesichter. Das ist doch mal ein gutes Thumbnail. Okay. Okay. Sex, sex, sex. Das ist auch lustig. Oh ja. Oh ja. Oh ja, das ist gut. Gut so. Kurz. Fürs Thumbnail. Wieso denn auch nicht? Okay, ich glaube hier kann ich hier jetzt lang? Nö. Hä? Hier ging doch irgendwas auf, oder? Oder nicht? Hier? Nö. Hä? Ging denn jetzt was auf, wo ich lang kann? Hier? Nö. Hä? Ich bin verwirrt. Hilfe! Hilfe! Ja. Leicht. Tatsächlich. Ach, das geht runter und hoch. Okay. Ich hab's verstanden. Woop! Oh shit! Okay. Gut. Auf die Dinger muss ich auch achten. Okay, bis hierhin kann ich ja, ne? Boah, das geht aber mega knapp, ey. Ui, 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 ui. Scheiße, ich darf da nicht mal drankommen. Kacke. Okay. Hab ich die Flasche wenigstens schon? Ja, gut. Oh fuck. Oh, hinten dran sind auch welche. Oh. Boah, das ist mies. Okay, so weit war ich aber beim letzten Mal auch noch nicht, weil daran kann ich mich überhaupt gar nicht erinnern. Ach du Scheiße. Hoch. Dahin. Dahin. Ah! Okay. Das ist ja wie so ein Labyrinth. Das ist ja wie so ein Labyrinth. Hey, wie kann ich denn da schießen? Nee. Hä? Ist das das überhaupt? Nee, das ist... Ach, hier. Hier vielleicht. Das kann sein. Boah, ist das schwierig. Uh. Oh. Oh. Geschafft. Uh. Okay, der ist jetzt einfach da. Okay. Okay, jetzt da wieder zurück. Oh, ist das schwierig, ey. Uh. Dahin. Runter! Runter! Fünf. Hebel. Okay. Okay, ich muss zurück. Zu 666. Da geht's dann weiter. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR